Wozu soll man Wissen suchen? Wisst ihr, was das Problem ist, warum viele Leute das Wissen nicht richtig suchen, oder das Wissen nicht richtig bekommen, weil sie nicht wissen, warum. Damals, als ich in Mecca angefangen habe zu studieren, da wurden wir gefragt, warum studierst du hier? Und die meisten Brüder haben irgendeine Antwort gegeben, ja, ich finde es schön hier, oder ich möchte gerne Richter werden, islamischer Richter, oder ich will gerne Imam werden von der Moschee. Aber keiner hat gesagt, und dieser Grund ist vielleicht ein ganz wichtiger Grund in der heutigen Zeit, um den Islam zu verteidigen. Und wir müssen erst mal wissen, die Wissenssuche an sich, darüber sagt Allah, diejenigen, die Allah wirklich fürchten, sind die Gelehrten, die Wissen haben. Wenn du Allah richtig kennst, dann hast du Angst vor ihm. Und wenn du Angst vor ihm hast, dann wirst du von den schlechten Taten wegbleiben. Und wenn du von den schlechten Taten wegbleibst, wird dich das Insha'Allah mit der Beherzigkeit Allah ins Paradies führen. Dann sagt Allah, Allah erhebt diejenigen um Stufen, die Glauben und die Wissen haben. Hier wird, wenn du eine hohe Stufe haben willst, hier, Allah erhebt dich, wenn du Wissen hast. Dann sagt Allah, Rhetorische Frage. Er sagt, sind diejenigen gleich, die wissen und diejenigen, die nicht wissen? Und so viele Verse im Koran. Der erste Vers vom Koran. Lies. Für uns ein Befehl, für den Propheten den Befehl zu rezitieren, für uns der Befehl zu lesen, ein Hinweis darauf, wie wichtig es ist. Deswegen sage ich dir jetzt, lies. Lies jeden Tag was vom Koran. Von mir sind eine Sprache, denke darüber nach. Glaub mir, du wirst groß davon profitieren. Dann, wem sollen wir folgen? Gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten. Und wem noch? Diejenigen, die Befehlsgewalt unter euch haben. Und wer ist damit gemeint? In einer Aussage, die Umaradi führen, in einer Aussage. Die Gelehrten des Islam. Das heißt, wir folgen denen, die Wissen haben vom Islam, wenn wir nicht wissen. Fragt die Leute der Ermahnung, wenn ihr nicht wisst. Das aus dem Koran. Dann sagt der Prophet, wer der Beste ist. Willst du der Beste sein? Der Beste von euch ist der, der den Koran lernt. Und jetzt kommt die Dawa und lehrt. Der den lernt und lehrt. Nicht nur der ihn lernt, sondern auch lehrt. Da sieht man, diese Wissenssuche ist immer mit dem Weitergeben des Wissens verbunden. Dann sagt der Prophet, Wem Allah Gutes möchte, dem gibt er Verständnis in der Religion. Wem Allah Gutes möchte, gibt er Verständnis in der Religion. Schau, möge Allah uns Verständnis in der Religion geben. Alles. Du findest so viele Verse. Geh mal zu dem Buch Tarhib wa Tarhib. Und schau dir das an, wie viele Beweise es gibt aus der Sunna für die Hult des Wissens. Dann sagt der Prophet, a.s.w. Wer rausgeht, um Wissen zu erwerben, der ist auf dem Weg Allahs, im Dschihad, bis er zurückkehrt. Eine Art von Dschihad. Die Wissenssuche. Die Anstrengung dafür. Deswegen versuche du für dich Wissen zu erlangen. Du wirst Stufen erhört. Du bist der Beste. Hier, guck dir die ganzen Verse an. Das ist ein Zeichner von, dass Allah was Gutes für dich will. Willst du dieses Blut nicht mithaben? Und glaub mir, Achhi, das sind Sachen, die dich festigen. In dieser Religion. Das sind Sachen, die dich in der Religion festigen. Dann sagt er weiter. Sagt er weiter. Iza māta al-Abdu in kata amaluhu illa min thalath. Wenn eine Person stirbt. Wenn ein Diener stirbt. Iza māta rajul. Wenn eine Person stirbt. Dann sind seine Taten abgebrochen. Illa min thalath. Außer drei Taten. Sadaqa t'injariyatin. Eine Sadaqa, die weitergeht. Du hast zum Beispiel ein Krankenhaus gebaut. Alle Leute, die da reingehen, die geheilt werden. Geht auf dein Konto. Und dann. Und Wissen von dem genutzt wird. Zum Beispiel, du hast ein Buch geschrieben. Du hast eine DVD gemacht. Oder du hast einem etwas beigebracht. Und der lädt es einem anderen. Und es wird immer weiter gelernt. Und es ist nützlich. Dann hast du dieses Wissen hinterlassen. Das heißt, du hast vielleicht einem etwas gegeben. Und der lädt weiter dazu ein. Und bis zum jüngsten Tag geht das immer weiter auf dein Konto. Und ein rechtschaffendes Kind oder rechtschaffender Sohn, der für ihn Dua macht. Nicht der für ihn Fatiha liest, sondern der für ihn Dua macht. Der sagt, oh Allah, vergib meinem Vater und so weiter und so fort. Das sind die Sachen, die dir nützen. Alles andere nützt dir nichts. Drei Sachen. Dann sagt der Prophet, Sallallahu alayhi wa sallam, Also, Allah soll jemanden erleuchten. Semi'a hadithin anni. Oder Semi'a meqalati. Gibt verschiedene Rewiret. Der hört von mir eine Aussage. Und dann gibt er sie weiter. Und dann gibt er die weiter, wie er gehört hat. Dann sagt er, wie oft gibt es jemanden, dem etwas überliefert wird und er versteht mehr davon, als derjenige, der es selber gehört hat. Das ist der Muhaddith. Das ist ein holtes Muhaddith, der die Hadith hat und gibt diese Hadith weiter. Vom Propheten, Sallallahu alayhi wa sallam. Allah macht, der Prophet macht, Dua, dass dieser Mensch erleuchtet wird von Allah. Das heißt, vielleicht hörst du etwas, du gibst es weiter, du wirst erleuchtet. Dann sagt der Prophet, Sallallahu alayhi wa sallam, Guck mal, guck mal, wie viel Hult. Stufen erhört. Furcht vor Allah. Erster Befehl. Man gehört zu denen, denen gehorcht wird von Allah. Allah sagt, diesen Leuten wird gehorcht. Hier von den Koranversen jetzt. Dann, dass ein Zeichner Salah für dich was Gute will. Der Beste. Dann weiter. Eine Tat, die weitergeht, wenn er gestorben ist. Acht. Dann neuntens. Ja. Dass du erleuchtet wirst. Dann hier. Zehntens weiter. Wer einen Weg sucht, um dort Wissen zu bekommen, oder hier gibt es zwei Rewayat, so macht Allah ihm den Weg zum Paradies leicht. Das heißt, der Weg zum Paradies wird dich leicht gemacht, wenn du einen Weg zum Wissen suchst. Dann sagt er weiter. Dann sagt er weiter. Tadda gibt es auch. Tadda gibt es auch. Tadda gibt es auch. Gibt es auf jeden Fall diese Ruhr, das habe ich jetzt im Kopf auf jeden Fall. Herr Guda hat auch noch andere Ruhr. Es gibt manchmal Unterschiede, die Wortlauten auf dem Hadith. wie zum Beispiel eben was ich gesagt habe, Nazara Imran, Samia Meqalati und anderen Hadithen, Anni und so weiter. Es gibt immer so verschiedene Rewaliten. Auf jeden Fall, dann sagt er weiter. Und der Alim, für den macht er Bittet um Vergebung, wer im Himmel und auf Erden ist, sogar der Hittan, ein großer Fisch im Wasser. Und die Hult des Wissenden, des Alims, des Gelehrten, über den Arbeit, nicht über den Fersig, über den Arbeit, über den der dient. Fersig ist der Freemler, der Sündmann, jemand, der immer in die Moschee kommt, das ist ein guter Mann, der kommt immer in die Moschee und der geht zurück und der gibt Sadaka und so weiter, ein Arbeit. Die Hult von dem, der Wissen hat, ist über diesen, der zwar betet und fastet, aber nicht so viel Wissen hat, wie die Hult von dem Mond über die anderen Himmelskörper. Weil der Mond, der gibt dir Licht und der Alim, der gibt dir Licht. Der, der diese Tat macht, der betet und fastet, der gibt anderen Leuten kein Licht, aber der andere gibt Licht mit seinem Wissen. Dieses Wissen ist Licht. Guck dir, dann geht es weiter, dann sagt der Prophet weiter. Und die Ulema sind die Erben der Gelehrten. Die Ulema sind die Erben der Gelehrten. Willst du ein Erbe? Die Erben der Propheten, Entschuldigung. Die Ulema sind die Erben der Propheten. Willst du ein Erbe der Propheten sein? Das heißt, die Anbiya, die Propheten, die haben kein Vermögen, kein Dinar oder Dirham vererbt, sondern die haben Wissen vererbt. Und wer diese Sache annimmt, der hat einen gewaltigen Anteil angenommen. Dies ist das Wissen, was unser Prophet Muhammad, a.s.w. vererbt hat. Willst du das Erbe des Propheten mit annehmen? Hier ist Wissen drin. Lese diesen Koran. Lerne jeden Tag einen Eier vom Koran auswendig. Glaub mir, viele Brüder, Brüder machen Fehler. Die lesen, ich möchte jeden Tag eine Seite auswendig lernen. Eine Seite jeden Tag. Oder zwei Seiten jeden Tag. Dann macht er das einen Tag, zwei Tage, dann schafft er es nicht, bumm, dann hört er auf. Hätte der jeden Tag einen Eier auswendig gelernt, hätte der am Ende schon 100 Seiten auswendig gelernt, aber dadurch, dass er sagt, ja, ich lerne jeden Tag eine Seite, hört er dann auf. Mach einen Vers, aber besser einen als keinen. Am jüngsten Tag, du wirst vor Allah, wird man die Verse rezitieren und mit jedem Vers, den man zitieren kann, eine Stufe aufsteigen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Guck dir diesen Vers an. Guck mal, wie viel Hult die Wissenssuche hat. Deswegen sagt Iman al-Shafi, ja rahmallah, leise sheyum ba'da talab al-almi, ba'da al-fara'id, khayru min talab al-alm. Der sagt, es gibt keine Sache, leise sheyum ba'da al-fara'id, khayru min talab al-alm. Mit talab al-alm. Der sagt, nach den Pflichttaten gibt es nichts, was besser ist als Wissenssuche. Warum? Weil die Pflichten, die du machst, die nützen dir selber, aber die Wissenssuche nützt auch dem anderen. Weil die Wissenssuche immer verbunden ist mit der Weitergabe des Wissens. Wie dieser eine Hadith, wo der Prophet, a.s.w. sagt, khayru min talab al-alm al-Qur'an wa'allamahu. Er sagt nicht nur, khayru min talab al-alm al-Qur'an und stoppt hier. Der Beste ist, der den Koran lernt, sondern er sagt, der Beste ist, der ihn lernt und dann weiter lehrt. Das ist der Beste. Dann geht es weiter. Man fragt sich, warum diese Hult? Erstmal, deine Iberda wird richtig. Guck mal, Brüder, es gibt viele Leute, die geben sich Mühe, die beten, die fasten, aber ohne Wissen. Weil sie in irgendwelchen Moscheegemeinden sind, wo sie für dumm verkauft werden. Die sollen dumm gehalten werden. Nein, hier hast du das Buch von der Moscheegemeinde, macht das so nicht anders. Und wenn sie sich mit der Sunder des Propheten al-al-al-Qur'an beschäftigen würden, würden sie so viel Hult erkennen. Brüder, es gibt in manchen Moscheen, achi, ich bin manchmal erschrocken, achi, wenn du nur das praktizieren würdest, was in Sahih al-Bukhari steht, glaub mir, du würdest es nicht praktizieren können. So viele Dinge, so viele Dicke und so weiter. Ich meine, man kann es, vielleicht schafft es der eine oder andere, aber es ist wirklich sehr schwer. Aber da siehst du, du gehst in die Moscheegemeinde, die haben alles Mögliche gelernt und alles, was die machen, ist Bidda. Alles, was dort gemacht ist, ist Bidda. Der ist ein Alim in der Bidda. Achi, der hat so viele Sachen gelernt, hätte der das Richtige gelernt, der wäre Alim geworden. So, und du sagst erst mal, bei der Janaisa, liest du erst mal diese Suche so und so oft. Und danach liest du diese Suche so und so oft. Und dann sagst du diese Zikar und wenn du diese Suche gelesen hast, dann sagst du diese Zikar. Und wenn du diese Suche gelesen hast, dann machst du das nach diesen Zikar, diese Emanung und du fragst, was hast du das? Keine Ahnung. Alles vererbt. Ach, er hätte sich auf das Richtige konzentriert und hätte nur das Richtige gemacht. Alhamdulillah, hätte er viel Gewinn gehabt. Und was sagt Aisha radiallahu anha, was der Prophet, a.s.w. gesagt hat? Wer eine Tat macht, für die es von uns keinen Befehl gibt, so ist diese Tat abgelehnt. Klare Sache. Klare Sache. Da können irgendwelche Leute kommen, irgendwas erzählen, ja, aber vergiss es. Vergiss es. Hier der Prophet sagt, a.s.w. Wer ist besser, du oder der Prophet? Dein Sheikh oder der Prophet? A.s.w. Gott sagt der Prophet, a.s.w. Da sagt sie, aber wir verstehen was anderes. Schön. Schauen wir, wer hat das beste Verständnis von dieser Religion nach dem Propheten, a.s.w.? Die Sahaba. Zufa 2, Vers 137. Wenn sie so glauben, wie ihr glaubt, dann sind sie rechtgeleitet. Zufa 4, Vers 115. Der hat sich dem Gesandten entgegengesetzt. Nachdem in die Rechteleitung klar geworden ist. Einem anderen Weg vor Gott sind der Gläubigen. Wer sind die Gläubigen? Die Sahaba. Dem werden wir dem zuwenden, dem er sich zugewendet hat und übel ist die Fall, ist dieses Ende. Dem werden wir in der Hölle schmoren lassen. Was sagt der Prophet, a.s.w.? Diese Ummah wird sich in 73 Gruppen spalten. Alle in der Hölle, außer einer. Was sagen die Gefährten? Ja, Rasulallah, wa mahiya tilka firka. Wer ist diese Gruppe? Du würdest aufhören, wer ist diese Gruppe? Dann sagt er, ma'anne alayhi yomu wa sahabi. Die wir auf dem basieren, wie ich und meine Gefährten. Deswegen frage, wenn dir einer erzählt, nee, das ist gut. Hat der Prophet zwar nicht gemacht, aber ist gut. Hat der Prophet aber nicht gemacht, aber ist gut? Subhanallah. Gibt es etwas, was du hast, was der Prophet nicht wusste? A.s.w. Oder hat der Prophet etwas gewusst, aber hat es uns nicht beigebracht? Und du bringst es uns bei? Und Allah sagt im Koran zum Propheten, a.s.w. verkündet offen, was von Allah zu dir abgekommen ist. Und wenn du es nicht gesagt hast, so hast du die Offenbarung nicht verbracht. Und wenn du es nicht machst, so hast du die Botschaft nicht überbracht. Du sagst jetzt, ja, dass der Prophet wusste, es hat uns nicht gezeigt. Oder du sagst, der Prophet wusste es nicht, aber du weißt es. Eins von beiden. Du kannst dich entscheiden, welche Schlechtigkeit du über den Propheten a.s.w. du zum Aussprechen willst. Eine Chance hast du. Entweder die eine oder die andere. Entweder du sagst, der Prophet a.s.w. hat es nicht gewusst. Oder du sagst, er hat es gewusst und hat es uns verheimlicht und du weißt es. Und bringst es uns bei. Das ist eine ganz klare Sache. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, ist in einer Moschee in Irak. Er wird gerufen. Für Abu Musa al-Ash'ari Für Abu Musa al-Ash'ari wird er gerufen. Nein, in Kufa wird er gerufen. Er kommt in die Moschee, da sind Leute, die haben Steine. Und der eine sagt, Kebbi Rumiyah macht 500 Mal Allah-u-Akbar. Hallilumiyah macht 100 Mal Allah-u-Akbar. Allah-u-Akbar. Sebi Humiyah und so weiter. Mach 100 Mal dies, mach 100 Mal das. Ibn Mas'ud kommt rein. Was sagt er zu denen? Marshal, sagt er, Marshal Allah, habt ihr eine gute Sache erfunden. Mensch, auf die Idee ist der Prophet alayhi salatu und seine Gefährten gar nicht gekommen. Sondern er sagt, Was ist das, was ich euch machen sehe? Was sagen die? Das sind Steine. Wir zählen damit Allahu Akbar und so weiter. Dann sagt er So zählt eure schlechten Taten und ich garantiere euch, dass von euren guten Taten nichts übrig bleibt. Zählt eure schlechten Taten und ich garantiere euch, dass von euren guten Taten nichts übrig bleibt. Wey haq ya ummata muhammad ma asra halaketikum. Wey ya ummah muhammad, wie schnell ist eure Vernichtung. Das sind seine Klamotten, die sind noch nicht so verfallen. Und das sind seine Utensilien für die Küche zum Essen und so weiter. Die sind noch nicht zerbrochen. Entweder ihr seid auf einer Rechtsstaatung, die besser ist als die Rechtsstaatung von Mohammed, oder ihr öffnet eine Tür zur Irrtum. Und Ibn Mas'ud sagt damit, dass das eine Bidda ist. Ibn Abbas, radiallahu anhu, geht mit Muawiyah um die Kaaba. Und Muawiyah berührt jeden Teil von der Kaaba. Wir lieben die Kaaba, oder? Das Haus Allahs. Jeden Teil von der Kaaba berührt er. Und was sagt Ibn Abbas zu ihm? Übrigens, der erste Hadith, den ich genannt habe, der ist in Dairimi, also dieser Athar von Ibn Mas'ud. Und der zweite, der ist in Musnad Imam Ahmed. Der geht um die Kaaba. Dann sagt er, dann sagt Ibn Abbas zu ihm, dass der Prophet nur Rukun Yamani und Hajar al-Aswad berührt hat. Dann sagt er, ist irgendetwas verfallen, was ist schlecht an der Kaaba, sinngemäß. Was sagt Ibn Abbas zu ihm? Im Gesandten Allahs hattet ihr das beste Beispiel. Wäre es gut gewesen, etwas anderes von der Kaaba zu berühren, von diesem Tuch etwas abzuschneiden, in die Tasche zu tun, oder die Wütze zu nehmen, an der Kaaba zu reiben und damit nach Hause zu nehmen, dann wäre der Prophet, a.s.w. der Erste gewesen, der uns das beigebracht hätte. Das ist das Verständnis von der Religion. Deswegen, das Wissen, bessere Ibeder, richtige Ibeder und Schutz vor dem Satan. Einige von den Salafen haben gesagt, Fakihun wahidun esshaddu'ala shaitanin alfi abed. Einer, der Wissen hat von der Religion, ist schwieriger für den Satan als tausend Leute. Abed, der immer am Beten ist und so weiter. Warum? Weil wenn du kein Wissen hast von der Religion, bist du für den Satan wie ein offenes Fußballtor. Der braucht den Ball nur reinzuschießen. Irgendwo kriegt er dich, in die Bida, in den Shirk rein. Guck dir mal heute an, in den ganzen Ländern. Leute, die was Gutes wollen, die gehen zu einem Sahir. Dann sagt der Sahir zu dem, ja nimm dieses Blatt, schreib dieses, jenes drauf und dann isst du das. Und so weiter und so fort. Und der ruft damit die Shaitin auf sich drauf. Subhanallah. Die gehen zu irgendjemandem, der irgendeinen Quatsch beibringt. Die sagen zu dem, ja geh zum Grab von so und so und schlachte für den Toten. Der ist von den Salihin. Allah hat den verflucht, der für einen anderen schlachtet außer Allah. Das siehst du in den islamischen Ländern. Leute, die Gutes wollen. Ja, wenn du Mekka, wenn du erstmal zu Hatsch machen willst, dann musst du vorher zum Grab von Abdul Qadir Jilani gehen. Ist der Prophet auch zuerst zum Grab von Abdul Qadir Jilani gegangen, bevor er zu Hatsch gegangen ist? Bruder, solchen Dalal gibt es hier. Und wenn dann erzählt, dass es falsch ist, dann sagen die, ja, aber der ist Wahhabid. Super Argument, das ist ein Totschlag-Argument. Abdul Qadir Jilani war ein guter Gelehrter. Rahimallah. Aber hat Abdul Qadir Jilani gesagt, ja, wenn ihr Hatsch macht, kommt zuerst zu meinem Grab. Dann gibt es Gräber in den islamischen Ländern, die sind so aufgebaut, dass du, bevor du in das Grab reingehst, ja, bevor du in das Grab reingehst, ja, da ist erstmal die Tür tief. Das heißt, dass du dich erstmal verbeugen musst von dem Grab. Dann stehst du auf, und dann gibt es einen Gang, dass du so um das Grab rumgehen musst. Das heißt, du machst Tawaf um das Grab herum. Guck mal. Leute kommen zur Hatsch, und die gehen um die Messe der Nebawi, um das Grab vom Propheten Tawaf zu machen. Und immer, wenn sie am Grab vom Propheten vorbeikommen, schmeißen sie einen Zettel rein, gibt es, wo dann ein Wunsch draufsteht. Bitte, Prophet, gib mir dies, bitte, Prophet, gib mir das. Hat mir einer erzählt, das ist passiert. Kannst dir das vorstellen, das ist Shirk. Dieser Mensch kommt nach Medina, um Shirk zu machen, aus der Religion rauszufliegen. Warum? Deswegen, aber der, der Wissen hat, der ist schwieriger für den Satan. Dann geht es weiter. Und das ist ein Vers, ein ganz wichtiger, wichtiger Hadith. Das Beispiel von demjenigen, der Wissen hat und es nicht weitergibt, ist wie das Beispiel von jemandem, der einen Schatz hat und nicht davon spendet. Das heißt, wenn du Wissen hast, du musst es weitergeben. Dann sagt der Propheten, das habe ich eben schon erwähnt, Wer zu einer Rechtsleitung aufruft, so kriegt er den Lohn dafür. Das heißt, dass er aufgerufen hat. Selbst wenn derjenige nicht folgt, du sagst ihm, guck mal, nach dem Gebet ist es Sunnah, nach dem Wütergebet ist es Sunnah, zu sagen, was? Nach dem Wütergebet, wenn man fertig ist, direkt danach sagt man, Subhana Melekul Kuddus, Subhana Melekul Kuddus, mein drittes Mal laut, Subhana Melekul Kuddus, Dabbil Melaikati Baruha. Okay? Du gibst diese Huda, das eine Rechtslag gibst du weiter, und du kriegst den Lohn, selbst wenn er es nicht praktiziert. Wenn er es praktiziert, kriegt er den doppelten Lohn und sein Lohn bleibt. Keineleu min al-ajri, mitlu ujuri men tabiau, la yonkusu dhalika min ujuri m'sheya. So. Und jetzt haben wir eine ganz besondere Aufgabe in der heutigen Zeit. Und deswegen sollten wir das Wissen lernen. Wir haben gerade über die Huld gesprochen. Jetzt eine ganz besondere Aufgabe in der heutigen Zeit ist, dass man Wissen lernt, um die Religion zu verteidigen. Yahya ibn Ma'in, Radio Rahimullah. Wer ist Yahya ibn Ma'in? Das ist einer der größten Muhaddithun, die es jemals gab. Ein Mann von Jarwa, Ta'adilun. Unglaublich. Yahya ibn Ma'in sagt, Al-Zibbu'anni Sunnati khayru min al-jihadi fi sabi lillah. Der sagt, die Sunna zu verteidigen, ist besser als der Kampf auf dem Weg Allahs. Das ist besser als der Dschihad. Dann sagt einer zu ihm, Ja, Yahya. Das ist eine Aussage von Yahya ibn Ma'in. Ob er es richtig liegt oder nicht, aber es ist ein Beweis dafür, wie wichtig das ist. Früher, die Gefährten konnten den Propheten mit dem Schwert verteidigen. Sallallahu alayhi wa sallam. Ihr könnt ihn heute mit Wissen verteidigen, indem ihr seine Sunna verteidigt. Wenn hier der Prophet stand und draußen würden welche kommen, würden hier reinkommen, wollen die mit dem Schwert angreifen, würdest du ihn verteidigen? Okay, im letzten Jahrhundert sind 60.000 Bücher gegen den Propheten des Islam geschrieben worden. Wie kannst du ihn verteidigen? Indem du Wissen lernst von dieser Religion und dem du das widerlegst, was diese Leute gesagt haben. Deswegen strenge dich an auf diesem Weg. Oder, dass du diejenigen unterstützt, die den Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, verteidigen. Dann sagt jemand zu Yahya ibn Ma'in, Ja, Yahya, Arrajun, Yed'abu nafsahu, Yeruyunfikumalahu, Wa yujahid, Wa haza aftal, eine Person, der strengt sich an und der gibt sein Geld aus und der kämpft und diese Person ist besser, der die Sunna verteidigt. Was sagt Yahya ibn Ma'in? Naam bi kathir. Sagt Yahya, der ist viel besser. Dann, Al-Hassan al-Basri, der sagt, Man ja'ahu al-Maut wa huwa yata'allamu al-Ilm yuhibi il-Islam lam yakun beynahu wa beyn al-Anbiyyai fil-Jannati illa daraja. Der Wissen sucht, um damit den Islam zu beleben und zu ihm kommt der Tod. So wird zwischen ihm und den Propheten im Paradies nur eine Stufe sein. Subhanallah. Dann ibn al-Qayyim sagt, Ad-Dawatu, er sagt Ad-Dawatu, Ad-Dawatu, die Dawah, Jihad dhul, kalbi wal isan. Die Dawah ist der Jihad des Herzens und der Zunge. Wa kad yakunu aftal min al-Jihadibiliyed. Und kann besser sein, als der Jihad mit der Hand. An anderer Stelle sagt ibn al-Qayyim, tabliru sunna ila l-Ummah khayrum min tabliris siham illa nuhuri l-adu. Das heißt, diese Sunna der Ummah zu vermitteln, ist besser, zu überbringen, ist besser, als die Pfeile an die Hälse der Feinde zu überbringen. Als die Pfeile an die Hälse der Feinde zu überbringen. Als der Kampf. Dass man die Sunna beibringt. Stell dir mal vor, wie viele Sunna können wir heute beibringen. Eine haben wir gerade gelernt. Was sagen wir nach dem Witter, wenn wir nach dem Wittergebet haben? Subhanamalikul Kuddus, Subhanamalikul Kuddus, dann wird man laut, Subhanamalikul Kuddus, Rabbil Malaika, tibaruhi. Ist auch ein Russ-Hissen-Muslim ist das auch. Und eine Sache, für sie das zu praktizieren, ganz einfach. Subhanamalikul Kuddus, Subhanamalikul Kuddus, Subhanamalikul Kuddus, Rabbil Malaika, tibaruhi. Eine Sunna, die Inshallah viel Baraka für diese Umma bringt. Dann, Mohammed Abdul Wahab, der sagt, der sagt, über dieses Verteidigen der Religion, sagt er, er bringt einen Vers aus dem Koran, wo Allah Subhanahu Wa Ta'ala sagt, das heißt, genau so haben wir für jeden Propheten Satana bestimmt von den Menschen und den Jinn und sie geben sich gegenseitig schöne ausgeschmückte Wörter in Druck ein. Und dann sagt er, Faa, 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 Wenn du weißt Wenn du weißt, dass der Weg zu Allah mit Feinden bestückt ist Die auf diesem Weg lauern So ist es Pflicht für dich von der Religion Allahs das zu lernen Was für dich zur Waffe wird, um diese Feinde zu bekämpfen Deren Führer gesagt hat Die Feinde, deren Führer, Iblis, gesagt hat Ich werde ihn wahrlich auf deinem geraden Weg auflauern Von vorne, von hinten, von rechts, von links Und viele denken, der Führer ist Iblis Und denken sich, oh, der Schaitan Die denken sich, der ist stark Und dann sagt er danach weiter In seiner Ressala, Keshp Shuhat Aber wenn du denkst, oh, der Iblis, der Schaitan, seine Soldaten Und dann sagt er Aber wenn du auf die Beweise hörst, die Allah im Koran gebracht hat Und dich Allah widmest So sei nicht traurig und habe keine Angst Warum? Weil Allah im Koran sagt Die Pläne des Satans sind schwach Und dann sagt er Und ein einziger von den Ein ganz normaler Mensch von den Leuten, die nur Allah alleine dienen Der vernichtet tausende Gelehrte von den Schaitan Und dann bringt er wieder einen Beweis vom Koran Und wahrlich, unsere Daten werden siegen Subhanallah Deswegen müssen wir dieses Wissen lernen Und die besten Beweise für alles Das hast du im Koran Weil das sagt Allah im Koran Sie kommen zu dir nicht mit irgendeinem Mit jedem Jedes Beispiel, mit dem sie zu dir kommen So sind wir schon Mit der Wahrheit und der besten Erklärung gekommen Das heißt, lerne den Koran Lerne die Sunna, um diese Religion zu verteidigen So Und heutzutage kommen die meisten Angriffe Vor allen Dingen Von der Seite Von dem Mustafrikun Und Munasirun Und ich könnte noch viel erzählen Aber ich glaube, es ist schwer geworden Soll ich weitermachen? Okay, kein Problem Guck mal Früher war es oft so gewesen Wenn wir jetzt zu früheren Büchern von Al-Sunna wal Jama gehen Sehen wir, dass die meisten Bücher, die geschrieben wurden Gegen andere muslimische Gruppen oder Gruppen Die sich dem Islam zuschreiben, geschrieben wurden Weil Weil die Gelehrten früher der Meinung waren Dass der Feind, der im Haus sitzt Gefährlicher ist, als der Feind, der außerhalb des Hauses sitzt Und das ist eine logische Herangehensweise Aber das kann man natürlich nicht auf alle Zeiten beziehen So Aber heute Und früher waren die meisten Angriffe militärischer Natur Das heißt, waren meist militärischer Natur Das heißt, nicht mit diesen Mit den Christen oder Juden Man hatte meist militärische Auseinandersetzungen Ja So Aber deswegen gibt es etwas weniger Rodut Weniger Widerlegung in dieser Sache Ja So, aber heute Sieht die Sache anders aus Heute sind die meisten Angriffe von außen Wir sehen zum Beispiel Dass eine extra Wissenschaft gegen den Islam erfunden wurde Die Orientalistik Das Hauptziel der Orientalistik ist was? Das ist die Sunna des Propheten zunichte zu machen Warum? Weil die Sunna Die Erklärung für den Koran ist Versteht ihr? Der Koran ist hier Und die Erklärung ist auch dabei Die Sunna Wenn aber jetzt jemand hingeht Und nimmt die Sunna weg Dann fängt er an, den Koran so zu erklären Wie es ihm lustig erscheint Das ist der Schritt Deswegen Versuchen sie die Sunna anzugreifen Weil sie damit die Religion weg machen Was will der Satan? Der Prophet a.s.w. sagt In hajatul wada Inni taraktu fikum Ma intamasaktum bihi Lentadillu abada Ich habe bei euch etwas hinterlassen Wenn ihr daran festhaltet Werdet ihr niemals in die Irre gehen Was? Kitab Allahi wa Sunnati Das Buch Allahs Und meine Sunna Wa Sunnati Der sagt nicht Au Sunnati Das Buch Allahs Oder meine Sunna Er sagt das Buch Allahs Und meine Sunna Diese zwei Dinge gehen zusammen Deswegen sagt Allah im Koran Suche 16 bis 44 Wir haben zu dir die Ermahnung herabgesandt Damit du den Menschen klar machst Was zu ihnen herabgesandt wurde Das ist die Rechtsleitung Koran und Sunna Gehorcht Allah und Gehorcht dem Gesandten Und wenn sie sich abwandern So liebt Allah die Ungläubigen nicht Was euch der Gesandte gibt Was euch verbietet Das lasst Wer dem Gesandten gehorcht Der hat schon Allah gehorcht Viele Verse Viele Verse im Koran Das heißt Im Koran steht drin Du musst der Sunna folgen Du musst dem Weg des Propheten folgen Der Weg des Propheten Ist die Erklärung des Korans Und deswegen haben die Mustafrikun Die Orientalisten Hauptsächlich die Sunna angegriffen Dann Munasirun Dann Medien Wie wird heute in den Medien Der Islam bekämpft Auf zweierlei Art Einmal Fernsehsender Internetseiten Bücher Wo versucht wird Den Islam zu widerlegen Auf der anderen Seite Wird versucht Den Muslimen Minderwertigkeitskomplexe einzureden Minderwertigkeitskomplexe einzureden Ja der Islam Der Islam Entspricht nicht der deutschen Verfassung Sagen alle Oh oh Da kann ja irgendetwas nicht richtig sein Mit dem Islam Hallo Ist die deutsche Verfassung Der Maßstab Ob der Islam richtig ist oder nicht Ist noch jemand zu Hause oder was Die kann sich jeden Tag ändern Der Maßstab Ob der Islam richtig ist 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 Koran und Sunna Und wir haben logische Beweise Dass der Islam richtig ist Wir haben logische Beweise Wir haben wissenschaftliche Beweise Der Islam ist die Wahrheit Der Islam ist der Maßstab Der Islam passt nicht zur heutigen Zeit falsch Die heutige Zeit passt nicht zum Koran Die muss ein bisschen umgeändert werden So sieht es aus Was passt nicht in die heutige Zeit Handabhacken beim Stehen Passt nicht zur heutigen Zeit Kannst du mir erklären Was der Unterschied ist Zwischen einem Der heute die Hand abgehackt kriegt Und der der früher die Hand abgehackt bekommen hat Heute passt es nicht mehr Natürlich passt das Aber es passt Wenn ein Kindervergewaltiger Nach zwei Monaten Wieder aus dem Knast rauskommt oder wie Und nach zwei Jahren Das nächste Kind umbringt Das passt zur heutigen Zeit oder was Das kann ich mir gut vorstellen Wenn jeden Tag hunderttausend Menschen Durch irgendwelche Boykotte Oder irgendwelche Wirtschaftsembargos Verhungern Das passt zur heutigen Zeit oder wie Und zur selben Zeit schenken die sich dann Gegenseitig Friedensnobelpreise Das passt zur heutigen Zeit Jeden Tag hunderttausend Menschen In der dritten Welt Leute die aus ihrem Aus ihrer ursprünglichen Natürlichen Umgebung Rausgerissen worden sind Die sollten industrialisiert werden Und dann liegen gelassen worden sind Das passt zur heutigen Zeit Maschallah Aber weh du sagst das Ein bisschen Hetzer Entschuldigung dass ich die Wahrheit gesagt habe So Und dann sehen wir Welche Mühe sich die Christen geben Die Muslime zum Christentum zu rufen